So, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Tisi Schubech, wir müssen reden, so kann es nicht weitergehen. Wie gesagt, ich vermute, da geht es jetzt primär um das Gameplay oder grundsätzlich um das Spiel FIFA 21. Deswegen schauen wir mal. Ich glaube, dass ich denen jetzt schon mal in einigen Punkten recht geben kann, weil es ist momentan nicht gerade sehr zufriedenstellend, wenn man sich jetzt auch gerade die Iconswaps ansieht. Die Auswahl der Ikonen in diesen Iconswaps Teil 2. Baggio, wir brennen jetzt alle für Baggio. Nein, eher nicht. Dann noch dieser Blanc, der nicht mal die Prime Icon ist und solche Sachen. Butra, das sind ein paar fragwürdige Entscheidungen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten getroffen wurden. Auch Sabitzer zum Beispiel, über den wir vorher gesprochen haben, ist auch ein gutes Beispiel. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr könnt ja auch gerne euren Senf dazuschmeißen, Leute. Deswegen 3, 2, 1. Leute kommen bei TZ Schubisch. Ja, Freunde, und zwar, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Ja, Baggio sieht schon stark aus, aber das ist jetzt nicht die Icon, für die man brennt. Heute ein anderes Video ein bisschen, Freunde. Und zwar gibt es aktuell, sage ich mal, so eine Sache, wo Timo und ich uns in letzter Zeit oft nach den Streams, gerade freitags, hier noch lang zusammensetzen über Dinge oder über dieses Thema, sage ich mal, diskutieren. Weil es einfach aktuell so ein paar Punkte gibt, die uns sehr bedrücken, Freunde. Und ihr wisst ja, wenn uns was bedrückt, so, wir haben uns so gedacht, ich weiß nicht, wollen wir das jetzt offen mit der Community ansprechen oder wollen wir es nicht machen. Aber es ist einfach der Zeit, gerade so nach dem Stream gestern gekommen, wo wir einfach mal mit euch darüber sprechen wollen. Was war, war gestern jemand bei den Teases im Stream? Was ist denn passiert, Leute? War es das jemals? Freunde. Über unsere Gefühle, wie es gerade bei uns aktuell innen drin aussieht. Ihr wisst, so, die OGs, die von Tag 1 dabei sind, die wissen, ich kenne die Jungs, da hatten sie 7000 Abonnenten, das ist echt krass. Das ist so wild. Dass wir ja im Endeffekt alles mit euch teilen, egal ob positiv oder negativ. Und jetzt ist einfach der Punkt gekommen, dass wir mal sagen müssen, wir müssen einfach mal raus, Freunde, das muss einfach mal raus. Wir haben uns auch ein paar Stichpunkte gemacht, deswegen wird es auch bei dem Real Talk, normal ist es so an einem Stück, ein paar Cuts geben, weil wir dann hier oben kurz auf die Notizen gucken müssen, dass wir da ein bisschen Struktur reinkriegen. Weil ich kenne uns, wir reden dann und reden und reden und reden und ja. Deswegen. Wer kennt sie nicht, die Notizen von ganz oben, Leute. Was geht es jetzt überhaupt? Uns geht es jetzt eigentlich, wie gesagt, schon, ihr habt es ja gelesen, primär um die Weekend League bei FIFA. Und das soll jetzt kein Abrechnungsvideo sein, kein Hatevideo, kein Rumgeheule, wie das gerne immer viele auslegen, sondern das ist jetzt einfach nur unsere Gefühlslage, die wir euch jetzt mal kurz näher bringen wollen. Genau, weil wir spielen das Spiel, Freunde, tagtäglich, ne? Wir verbringen mit dem Spiel tagtäglich einfach Zeit und da gibt es halt einfach so gewisse Dinge, die uns halt einfach auf dem Herzen liegen. Ganz ehrlich, Chat, ich vermisse FIFA 18. Genau. So, wir können ja mal, um hier rein zu starten, mal ganz kurz hier ein paar Sehnen einblenden jetzt aus der WL. Nee, Achtung, Achtung, hier machst du den Track weg und drückst jetzt Schießen, ne? Ihr seht, der Pfeil kommt, also ist mein Schussbefehl ausgegeben, ne? Ja, ja, ist ausgeführt. Also, guck mal, mein Schussbefehl wurde hier ausgeführt. Achtung, Ramos taggelt mich perfekt. Ja, und da macht er dann das Tor. Ich hab da, hier war mein Schussbefehl. So, wie sein Fuß wegklackt. So, hier war mein Schussbefehl. So, jetzt werde ich getackt. Und du drückst ja gar nichts mehr, ne? Jetzt drück ich ja gar nichts mehr. Ich drück ja jetzt gar nichts mehr. Und er kommt aus dem Speed und legt ihn dann wieder rein. Aber das ist dieses, wenn sie dieses, wie heißt denn dieses, da gibt es hier so eine Einstellung, dieses Constant Dribbling oder so irgendwas, oder? Dass er dann manche Sachen ausführt. Hat das nicht mit dem Constant Dribbling zu tun? Beziehungsweise der Schuss wurde ja nicht ausgeführt. Deswegen hat er nochmal geschossen. Ja, keine Ahnung. Kann man so sehen oder auch so sehen wie die Jungs, dass sie eben meinen, ja, der Schuss wurde ausgeführt. Aber da finde ich jetzt noch nicht so einen krassen Fehler. Sanji, ich grüße dich. Warum geht er rein? Erklär mir das einfach nur warum. Weil ich einfach eine Maschine bin. Gibt automatisch Schuss bei Einstellungen. Ja, ist das eine automatische Einstellung? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Viking, grüße dich. Das geht mir so auf die Eier, Leute. Das geht mir so auf die Eier. Und das ist in den letzten zwei Jahren so krass, ne? Also nicht mal bei Teilen wie FIFA 17, FIFA 18 oder den 19er Teil war das so krass wie jetzt derzeit. Das nervt so hart. Das mit hinten rumzuspielen, Leute, muss ich aber ehrlich sagen, war letztes Jahr noch viel schlimmer. Das war letztes Jahr, oh mein Gott, wie schlimm war das bitte, Leute, das ganze Mauern. Das finde ich bei FIFA 21 jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Okay, die Fünferkette ist jetzt wieder, äh, ist jetzt, was heißt wieder, die ist jetzt in aller Munde. Aber trotzdem finde ich, dass es hinten rumstehen in FIFA 20 noch viel, viel schlimmer. Das halt, es in FIFA ja gar nicht mehr anders, der geht. Guck dir mal die schönen Tore an, das war wieder das Wahnsinnsgame. Drei Schüsse, drei Tore, der Kollege. Der war krass, Jungs. Guck mal hier. Da habe ich mit dir den Mundverbote gekriegt. Nimm es bitte zurück, entschuldige. Ey, tritt komischerweise vorbei. Kein Problem. Ich bin wieder vorbei, ne? Ey, geht wieder komplett ins Leere. Oh, Ramos. Moin, Meister. Ramos. Guck mal da mal näher hin. Oh mein Gott. Es ist so traurig. Es ist so traurig, Leute. Oh mein Gott. Die zeigen aber eigene Szenen, oder? Oder Kurt Hult, nein, Hult, Kurt in diese Jungs. Ah, hey. Also ich weiß jetzt schon, was sie meinen, aber keiner zwingt sie, die Weekend League zu spielen. Wenn man die Weekend League ein bisschen lockerer angeht, klar kann man mal ragen, aber ich meine, letztendlich sollte man immer daran denken, dass es Spiel ist und dementsprechend sollte man nicht immer seine Laune davon versauen lassen. Ich finde die Jungs aus der Crew wirklich kein Front. An die gucke, die selbst gerne übertreiben, ist echt ein bisschen mit Ragen. Ich glaube, Basti, du hast da teilweise recht, allerdings ist FIFA grob gesagt deren Beruf. Und ich denke, dadurch, dass sie auch damit eben ihren Lebensunterhalt verdienen oder den Großteil ihres Lebensunterhalts, ja ich weiß nicht, ist man auch ein bisschen indirekt unter Druck. Ich weiß es noch damals, eben vor zwei, drei Jahren, wo ich auch hunderte bis tausend Zuschauer hatte. Da ist die Anspannung ganz, ganz anders. Man kann das eigentlich nicht wirklich erklären, Leute. Aber ich war schon mal auf der einen Seite, wo ich tausend Zuschauer hatte und ich weiß es auch die aktuelle Seite. Und jetzt aktuell ist für mich persönlich der Druck nicht so krass. Aber damals, wie gefühlt der Chat die ganze Zeit so gerattert hat, gerattert hat, da war auch eben ein gewisser Druck, um es auch diesen tausenden Leuten, die gerade im Chat sind, zu beweisen, jo, der hat etwas drauf, ihr seid hier, weil er etwas drauf hat und bipapo. Natürlich sagen die Jungs auch selbst, jo, wir sind nicht der Besten und bla bla bla, aber die haben halt diese Motivation, eben das von der Vorwoche oder das Ergebnis von vor zwei Wochen nochmal zu steigern. Egal, was sie für eine Tageslaune oder eine Tagesverfassung haben. Aber ich denke, ich denke eben, aufgrund dessen, dass das deren Beruf ist, dass sie zigzehntausende Zuschauer haben, dass da ein, ja, dieser Druck so eine andere Dynamik hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach so vor dem Bildschirm spiele oder jetzt, sagen wir mal, vor zwei bis 50 Zuschauerspiele. Da, da, ich verstehe die Jungs teilweise, was heißt teilweise, ich verstehe sie sogar sehr, ich verstehe sie sehr. Aber nein, Jungs, das Spiel ist nicht gescriptet, nein, das Spiel ist nicht gescriptet. Ja, das, das ist halt wirklich, auuutsch, das, das tut so weh, Leute, und da ist es wirklich egal, ob ich jetzt alleine vor dem Fernseher sitze oder 10.000 Zuschauer habe, das tut weh. Wenn ich dann auch noch ein Gegentor bekomme, das ist einfach so ein Abfuck. Ach, schade. Insta-Story, mal Insta-Story, den fühle ich jetzt in der Story persönlich. Aber dann zeigt man auch von Anfang an, ne? Toadie, ne? Ramos, Toadie, Achtung, und ihm sein Schuh ist irgendwie kaputt, weil der kann durch den Ball treten, Freund, das ist ein Geist. Der kann durch den Ball treten, ach, schade. Achtung, was passiert, also man kann sich wahrscheinlich schon denken, was passiert. Ja. Bist du wieder bitte raus? Ach, ich werde noch mal kranker. Ach, nein! Die verdienen nicht mehr Geld, wenn sie Gold 3 oder Elite 3 erreichen, ne? Ähm, Jan, du musst das auch wieder aus Content-Creator-Sicht sehen. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, wenn sie, sagen wir mal, Elite erreichen, ich weiß auch gar nicht, ob sie das bei Gold 3 machen, aber wenn sie Elite erreichen, dann gibt es auch ein Elite-Best-Of. Das heißt, es ist wieder zusätzlicher Content, ergo ist es ein zusätzliches Video, ergo würden sie theoretisch damit sogar mehr Geld verdienen, weil das halt ein zusätzliches Video ist. Man muss, ich, ich sehe das halt immer auch als, äh, Content-Creator-Sicht. Ein, ooooh! Also nochmal, wir gucken nochmal die Perspektive für alle Zweifler. Ach, Mist. Erstes mit Rüllit und dann sowas, da könnte man ja meinen, dass das Schiebung wird. Ehrlich, Karl Weekend League nicht im Stream spielen, weil ich sonst wegen dem Druck zu unkonzentriert bin. Dynamo, ich fühle das. FIFA 18, ich weiß ja, oder viele von euch waren ja damals schon dabei, ich war FIFA 18 ein Elite-Spieler, hab sogar Elite 1, Elite 2, ich hab alle Elite-Ränge erreicht und ich weiß noch damals, ey, ich hab's eben aufgrund dessen, dass ich wirklich ein guter Spieler war, hab ich das von mir selbst dann schon gefordert, Elite zu erreichen. Heute, ich weiß nicht warum, ich hab viel, viel weniger Zuschauer als damals, ich bin viel, viel unkonzentriert und nervöser, als ich erst damals war. Das ist der Wahnsinn, obwohl ich um ein Vielfaches, wenn ihr denkt, ich hab FIFA 18, hatte ich immer um die 500 bis 1000 Zuschauer, auf YouTube natürlich, das kann, auf Twitch kann ich ja gar nicht davon reden, solche Zahlen zu haben, ne, aber ich finde trotzdem, dass ich aktuell, trotz dessen, dass ich, äh, so eine geringe Zahl habe, ähm, dass ich viel unkonzentrierter spiele im Stream. Wer, aber, ne, Quatsch. Ne, weil, du spielst halt aber schlecht, ne. Ja, das ist ein neuer Fußballschuh, ne. So, dann schießt er den da rein, ach du Scheiße, und plötzlich... Du hast mal 35,5 onstream geholt, ja, das war so viel besser, wo ich krank war. Ich hab ja schwitzt, weil vorne waren ja Chancen ausgelassen, als... Die habt ihr jetzt gesehen, Jungs, und das ist halt einfach das, was uns aktuell belastet, was uns ein bisschen wütend, ein bisschen bedrückt einfach, die ganze Situation über unsere Streams mit der WL, mit euch zusammen, wie gesagt, ihr seid absolute Liebe, und deswegen ist auch das Video jetzt auch an euch gerichtet und nicht an EA oder an die Weekend League oder so, sondern es geht uns einfach, wie gesagt, dass aktuell unsere Dienstag-Streams bestehen aus Team-Bauen für die WL, bisschen Quatsch machen, dies, das, Donnerstag die Schmutz-Rewards mitnehmen, was EA schon seit Jahren versaut, das Rewards-System. Das Rewards-System ist echt eine absolute Frechheit, Leute, aber das hat der Broski auch schon vor kurzem angesprochen, ne, das gehört unbedingt überarbeitet, da müssen sie sich unbedingt etwas anfallen lassen, Chats. Freitags die WL reinballern, gehen auch von der Regel aus, natürlich gibt's auch Events mit Lightning-Mounts und so, da kommen wir gleich dazu, plus eben sonntags dann der Rest von der WL, ne, also ihr merkt, der Content ist viel auf die WL ausgelegt und uns bedrückt es mittlerweile, weil Simon auch immer, wie er so schön sagt, es ist halt, und es kann keiner abstreiten, ihr habt's an den Beispielen gesehen, von vorne bis hinten gescriptet und die Kernaussage ist, wenn das so ist, wie es jetzt aktuell ist, dann macht uns das einfach aktuell eher wütend, es macht uns schlechte Laune, es bedrückt uns, wir können im... Ihr kennt das alle Leute, oder? Wenn man in der Weekend-League verkackt und auch in den meisten Fällen nicht unbedingt man selbst schuld ist, dass man einfach fast den ganzen Tag oder sogar am nächsten Tag schlechte Laune hat. Das ist so krass, wie so ein Spiel auf die Psyche geht, ne, aber es ist halt Fußball, wir lieben alle Fußball und PES ist halt keine Konkurrenz, EA hat eine eigene Monopolstellung und deswegen können sie das Ganze auch machen, aber dieses, eben dieses gescriptete Momentum und wirklich, wer das abstreitet, Leute, wer das abstreitet, ich weiß es nicht, der spielt vielleicht im Monat zwei Spiele und das sind Squad Battles auf Amateur. Ganz ehrlich, Leute, sowas existiert in diesem Game. Im Stream, die Laune nicht unbedingt, weil ihr wisst auch, wenn wir was machen, dann stehen wir da 100% dahinter und wir spielen nicht irgendwas vor der Kamera, um es euch dann irgendwie geil zu machen oder sonst irgendwas, sondern es geht jetzt hauptsächlich um die WL. Und da gibt's, jetzt ganz kurz, um da einzuhaken, da gibt's einfach zwei Faktoren, Jungs, es gibt einmal dieses FIFA-Spiel, da gehört jetzt alles dazu, Menü-Content, Dwarf-Battle, SBB, Battleships, alles, was wir halt so machen, was als Video kommt und es gibt den Faktor WL eben. Natürlich gibt's auf der anderen Seite auch die Lightning-Rounds, weil jetzt wieder viele kommen und sagen, ey, ihr payt in die Lightning-Rounds raus, ihr macht so damit viel schlimmer. Abgesehen davon, finde ich persönlich, wir Content-Creator oder die Leute, die da in die Lightning-Rounds reinschieben, wir sind auch nur die Spitze vom Eisberg, weil von 140.000 Packs... Würde nicht sagen, dass Konami keine Konkurrenz ist, das kannst du so nicht sagen. Also Viking-Zahlen sind die Fakten, und wenn du jetzt, sagen wir mal, auf Twitch gehst und dir die Zuschauerzahlen von FIFA und die Zuschauerzahlen von PES ansiehst, dann kann man das so sagen. Das ist Fakt, das Interesse, das ist Fakt. EE hat halt einfach diese Lizenz, ne, und somit sind andere Spiele einfach definitiv uninteressanter. Außer halt, dass PES jetzt zwei, drei, vier, fünf Vereine hat, ne. Aber das ist keine Konkurrenz. Auch das Gameplay selbst, ähm, muss ich sagen, okay, ich gebe es zu, ich hab selbst noch nie PES gespielt, hab aber PES zu, eben schon mal bei Erhano gesehen und so weiter, diese Bewegungen und so, mhm, das ist, mhm, das wirkt noch extrem künstlich. Wenn du das dann hier spielst, also eben dieses EA-FIFA, und du vergleichst es mit dem Real Life, dann sieht man ja schon richtig viel Parallelen, okay, das ist jetzt so das Aktuelle, eben jetzt, wie Deutschland in der Zeit gespielt, oder immer noch anscheinend spielt, mit der Fünferkette, jetzt ist es auch in FIFA krass, ne, und das ist dieser Zeitgeist. Der Zeitgeist, Deutschland mit der Fünferkette, mit der Dreierkette, kannst du auch so geil einstellen, Fünferkette, ähm, äh, Außenverteidiger mitangreifen, man glaubt ja wirklich, dass es mit dem Zeitgeist, genau, dass EA, wenn es um Gameplay geht, mit dem Zeitgeist geht, aber eben dieses Momentum, gut, im Real Life gibt es ja auch dieses gewisse Momentum, nehmen wir jetzt mal an, ähm, es steht 2-2-1 für Liverpool gegen Schießmichtod, FC Schigi, Schigi klärt in der 85. Minute aus, dann ist FC Schigi im Momentum, also, weil Liverpool vom Kopf her so down ist, und FC Schigi denkt sich, okay, passt, da können wir noch was rasieren, aber trotzdem gehört so was finde ich nicht in ein Game rein, ne, das gehört ja nicht rein. Da kriegt jeder Content-Grader 5, 6, 7, 8 Stück, also, natürlich, zeigen wir euch das, was ich damit aber sagen will, und da steht... Also dieses, ähm, Scripting-Momentum, Alter, der Ball, ähm, rollt durch die Füße, aber durch deinen Fuß und nicht, ähm, so auf, äh, durch die Beine, ihr wisst, was ich mache, ne? Stehen wir halt einfach dazu, das macht uns Spaß, das könnt ihr jetzt gut finden oder nicht, seid jetzt mal dahingestellt. Da hat auch jeder seine Meinung, ob wir damit das Spiel kaputt machen oder nicht, kann jeder, da will ich jetzt auch in dem Video nicht drüber diskutieren, sondern es geht wirklich bei jedem nur um den Faktor, der jetzt, sag ich mal, links steht, die Weekend League. Und zwar, Freunde, was man auch noch klar sagen muss, erstmal da drunter in den Kommentaren, schreibt da jetzt nicht irgendeinen Scheiß rein mit, äh, was für ein Punkt, 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 so, lasst uns einfach sachlich darüber diskutieren, eure Meinung ist uns ganz, ganz wichtig, weil, auch das ist der Punkt, Freunde, der aktuelle Zustand, der FIFA hat, gratis Gameplay, Freunde, ne, Content, sei jetzt mal dahingestellt, hat Frosky ja schon viele Sachen angesprochen, aber der aktuelle Zustand so, der macht uns, echt, ist die Spielerkarriere in PES so geil? Da muss ich zugeben, habe ich noch gar nichts gesehen. Einfach traurig, Freunde, der macht uns einfach sehr, sehr traurig, weil wir bekommen ja auch von euch viele Nachrichten, ey, es ist einfach nur noch demotivierend so, wisst ihr? Gerade gestern im Stream, wir sitzen da, du willst, wir sind in allem, wo wir, wo wir eigentlich in allem, was wir machen, sind wir ehrgeizig, Freunde, ich finde auch, wenn man jetzt die Weekend League spielt, so, du gehst ja da rein mit einem Ehrgeiz, du willst ja irgendwie, keine Ahnung, du willst ja eine gute Bilanz, du willst dich verbessern, du willst gute Spiele, du willst gegen gute Gegner gut schwitzen, Freunde, ne, da gehören auch mal nie... Ich weiß nicht, ob die These ist, das Thema Rewards nochmal ansprechen, Chad, aber kennt ihr das nicht von euch selbst? Lass es FIFA 20, FIFA 19 sein, ihr habt euch jeden Donnerstag darauf gefreut, auf die neuen Player Picks, ihr wart so gehypt, ich weiß es noch von mir, Leute, ich weiß es noch von mir, ich war immer so gehypt, ey, bam, endlich dann, wenn ich von der Arbeit aus habe, den Stream aufdrehen, die Rewards öffnen, ich bin so gehypt, verstehst du? Und jetzt die letzten vier, fünf Wochen, ich habe es gestern, gestern einfach so im Vorbeigehen geöffnet, war mir egal, letzte Woche einfach auf dem Vorbeigehen, ich war nicht gehypt, gar nichts, keine Chad-Player Picks, nichts, kein in die Länge ziehen, wie ich es vor ein oder zwei Jahren noch gemacht habe, nein, ich habe es einfach im Vorbeigehen geöffnet, weil es mir einfach scheißegal war, diese roten Player Picks, weil du dir denkst, da ziehst du eh nur Scheiße und du ziehst nur Scheiße, es bestätigt das einfach du öffnest, du weißt ganz genau, bam, einfach Scheiße, das ist Wahnsinn, das ist gar kein Problem, sichtlich so hinters Licht geführt wird, Pato, denkst du, es werden, werden es mehr FIFA-Spiele von Jahr zu Jahr oder weniger, da wird Zeilen belegen, dass es mehr werden, sogar um ein Vielfaches mehr, und Felix, ich grüße nicht, und es sind ja, auch wie gesagt, das hat damit eigentlich nichts zu tun, aber es sind ja nicht nur wir, Jungs, Broski gestern ein Stream ausgemacht, klar, da war noch ein anderer Zwischenfall mit Steinies Sohn, Simon, grüße dich, genau, Jungs, es sind einfach viele, ja, viele, wir waren immer ehrgeizig, aber mittlerweile, ich bin müde, ich bin müde in Sache WL, es nervt nur noch, es nervt einfach nur noch, und darüber wollen wir halt einfach mit euch ein bisschen reden, wie wir in Zukunft... Das krasse ist, Chad, es werden ja nicht nur mehr und mehr FIFA-Spieler, der Umsatz wird von Jahr zu Jahr, die übertreffen sich selbst nochmal, um einige Millionen, Leute, es sind nicht Tausender oder Hunderttausender-Bereiche, um einige Millionen übertreffen sie den Umsatz gegenüber dem vorigen Jahr, das ist so krass... Vielleicht was gestalten können und wollen euch aber da mit einbinden, dass ihr uns an der aufhören, mit FIFA zu spielen, wir sind, wir lieben FIFA seit Tag 1, Freunde, wir lieben den Fußball, wir lieben den Ultimate-Team-Modus und gerade deswegen macht es uns ja so traurig, das ist ja genau das Problem, weil, wir sagen jetzt nicht, ihr Jungs, wir hören auf, weil wie Timo gesagt hat, im Stream, es betrifft noch ein Draft-Battle, wer darf das Pack aufmachen, wer bekommt einen Handschlag... Ich muss aber auch noch eines sagen, nochmal kurz zu den Rewards, denn Nexus schreibt, die E könnte halt einfach ab Gold 1 das aktuelle Event-Team als Picks bringen, dann werden die Rewards ein bisschen interessanter, aber diese Müll-Impf-Forms jucken halt keinen, ich bin plus eins, ich bin absolut bei dir und ich wünsche mir auch, dass die Rewards geändert bzw. revolutioniert werden, aber Leute, sobald Event-Karten als Player-Picks kommen, nicht erst ab den Tots, sondern schon davor, da wird die Weekend League noch um ein tausendfaches schlimmer werden, weil jeder weiß, ich muss Gold 1 erreichen, um diese Karten zu erreichen. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwitzig dann die Weekend League werden wird, weil jeder ab dem 1 zu 0 oder was heißt jeder, einige, ganz ganz viele werden ihren Spielstil dann darauf anpassen und sich dann nur entweder dumm hinten reinstellen oder den Ball hin und her verschieben. Plus eins, wenn ihr meiner Meinung seid. Grüße dich, Max. Die Dual-Aufnahmen und das ist ja alles geil. Und auch die Weekend League, ich sag's gerade immer, Freunde, FIFA 21, der Anfang von dem Spiel, er hat uns Spaß gemacht, Freunde. Es war ein sehr, sehr geil... Fox Payne, ich glaube EA ist eine börsennotierte Firma, ich glaube, die müssen das sogar veröffentlichen. Den Schmutz in dem Spiel gab's immer, brauchen wir darüber sprechen. Ich auch, Rolling. Es gibt in jedem Spiel Sachen, wo du drüber rangst. In Mario Kart, so, wisst ihr, wie ich meine, es gibt immer. Aber das Spiel hat einen Spaß gemacht. Du musstest Skills lernen, du musstest schnell nach vorne spielen, Freunde. Du musstest dich auf das Spiel einlassen, du musstest neue Sachen lernen. Aber dann, wie jedes Jahr... Pet, 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 tot. Und es funktioniert nix mehr. Und aktuell, Freunde, ist das Spiel an einem Punkt, gerade auf der PlayStation 5, wo du es nicht mehr gameplaytechnisch spielen kannst. Das Spiel stürzt gefühlt jede halbe Stunde ab. Spieler rutschen nur noch durch die Gegend, ja. Das ist so eklig, Leute. Ich glaube, dass auf der PS5, das ist richtig krass, dass das Spiel die ganze Zeit abstürzt. Aber was mir wirklich auf die Eier geht, ist dieses Schlittschuhfahren. Das ist einfach zu krass. Im einen Spiel ist alles wirklich mega, mega geil. Und dann gibt es so, eben speziell Freitag und Samstag, Mittag und Abend, da glaubst du wirklich, du bist gerade einem Eishockeyverein beigetreten. Und der Ball ist kein Ball, sondern ein Puck. Es ist so schlimm manchmal. Und ich weiß nicht, wer das auch von euch hat, aber ich hab das auch speziell, wenn ich streame und spiele, ist das einfach so schlimm. Und da kann jetzt auch keiner sagen, ja, euer Internet, es liegt an der Connection. Nein, Freunde, wir haben eine Extra-Leitung, mit der wir FIFA spielen, nicht nur, wo wir drüber streamen. Wisst ihr, wie ich meine? Alles Gute an deiner Mutter, Jan. So, und das Spiel ist einfach in einem Zustand aktuell, wo wir einfach nur noch aggressiv werden. Wir merken das in den Streams, Freunde. So, ich schreib's hier rein, ja, hört doch auf, dann gehen wir hier zu ragen, ne. Dann nimmt es doch mit Humor. Aber es ist der Punkt gekommen, wo wir das für uns, ja, wo wir für uns sagen, wir können es nicht mehr mit Humor nehmen, weil, Jungs, klar, könnten wir uns hier hinhocken und könnten sagen, ey, du, Digga, klickst von unserem Kanal, Weltklasse, ne, Stream-Zuschauer, Weltklasse. Es läuft alles, Digga, es läuft alles. Kohle kommt rein, es läuft. Wir können hier hocken, könnten die Pille runterschlucken, Freunde. Aber nein, das ist nicht clear, Freunde. Da haben wir lang hier gehockt und diskutiert. Wir haben lang hier gehockt und diskutiert. Wir haben gesagt, nein, wir wollen zu euch ehrlich sein. Wir wollen unsere ehrliche Meinung mit euch teilen, so wie es in uns aussieht. Und da sind wir aktuell, wie dieses Spiel ist, unzufrieden einfach, Freunde. Wir sind unzufrieden damit. Weil die könnten sich ja auch eigentlich in jeden Stream reinsetzen und Packs öffnen, Leute. Deswegen finde ich gut, dass sie so ein Video machen, weil die könnten ja wirklich, die scheffeln ja Geld nebenbei. Wenn sie trotzdem Packs öffnen, nehmen wir mal an, 100 Euro öffnen sie nur diese 7500er Packs. Da sitzen sie schon über eine Stunde. Und währenddessen verdienen sie aber über 100 Euro. Gleichzeitig können sie auch noch diese FIFA Points abschreiben oder die bekommen die FIFA Points sowieso gestellt von VGO. Das heißt, wenn sie nur da sitzen und Packs öffnen würden, würden sie sogar mehr Gewinn machen. Mehr Zuschauer und bla und hin und her. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und was wir halt einfach noch sagen müssen, Jungs, wir geben ja auch immer als Game Changer auch Feedback. Aber das haben wir auch schon wie oft im Stream gesagt, so es passiert nichts. Da kann auch unser Community Manager nichts dazu. Es heißt immer nur, es wird weitergegeben. Aber wir sind im Endeffekt, wie gesagt, nur die Spitze vom Eisberg. Und dann wird so abgespeist. Ja, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Und ja, okay, leitet unser Programmierteam weiter oder so. Aber da passieren ja Dinge, Jungs. Wie gesagt, da kann man sich ja auch einfach nicht mal drüber freuen. Könnt ihr euch noch an den Tweet erinnern? Es wird keine Demo rauskommen, weil sie sich komplett auf das Endspiel von FIFA 21 konzentrieren. Ja, na klar. Wisst ihr, wie ich meine? Und ihr da draußen, ihr schickt es uns ja. Ich habe gerade eben einen Tweet gemacht, dass uns FIFA traut. Und es schreibt jeder, Digga, es macht keinen Spaß mehr. Wofür? Warum? Und so. Ich glaube, Broski hat es ja gestern in seinem Stream auch gesagt, er ist derjenige, der seit Tag 1 FIFA spielt und jede Weekend League durchzieht. Und wir ja auch. Wir auch. Aber wir sind aktuell in dem Punkt, dass wir sagen, Digga, uns juckt die Weekend League-Bilanz nicht mehr. Weil wir es irgendwo dann, weil es einfach wütend macht und uns innerlich belastet. Und da sind wir auch dem Punkt. David, das war ja vor zwei Jahren, glaube ich. Wäre ich der Chef von EA, beziehungsweise von FIFA an sich, würde ich mir ein paar YouTuber oder Content Creator nach Vancouver holen und ihnen die Reise alles bezahlen und dann mit ihnen reden, was man besser machen könnte. Mooba und noch ein paar andere Weltklasse-E-Sportler wurden aus diesem Grund nach Kanada eingeflogen. Mit denen das Ganze zu besprechen, was gehört gemacht, was gehört nicht gemacht. Und es wurde ja, es gibt ja einen, nennt man das FIFA-Trader, ich weiß gar nicht, wie dieser Name ist Economist oder so irgendwas. Der war ja auch vorher einfach ein Trader. Und der ist jetzt von EA angestellt für den ganzen SBC-Stuff und schieß mich tot. Siehste, bringt nichts. Warum wir das Video machen, sondern wir haben ja dann am Freitag auch die Reactions gemacht. Wir hatten im Sommerloch, wir haben Fall Guys gezockt, wir haben War Song gezockt. So, und das kam bei euch ja auch sehr, sehr geil an. Und da ist jetzt halt einfach die Frage, so, ob ihr da mitzieht, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr sagt, nee, ich habe euch abonniert, weil ihr FIFA macht. So, sollen wir das in Zukunft wirklich so handhaben, dass wir einfach sagen, so, wir sind abgefuckt von der WL oder wir machen mal eine Wochenende, keine Weekend League, sondern wir spielen mal was anderes. Wir spielen vielleicht mit der Crew Mario Kart, was wir jetzt eigentlich immer so in der Sommerpause machen, sondern da geht einfach die Reise hin. Und wie Simon schon sagt, das Video soll jetzt nicht so wirken, dass wir keinen FIFA machen. Real Talk aber, Leute, wenn es den Jungs am Ende des Tages nur um das Geld geht, dann hätten die schon längst einen Twitch-Kanal, wo sie eben diese ganzen Mario Kart und Reaction und diese anderen Spiele spielen. Wenn es denn nur um der Cash gehen würde, weil als Affiliate kannst du trotzdem Subs bekommen. und Werbung schalten und bla bla bla. Und die machen das alles nur auf diesen anderen Kanal, dann gibt es halt natürlich noch diese zwei und den ganzen Stream-Highlight-Kanal. Aber wenn es denen am Ende des Tages nur um die Kohle geht, dann hätten sie einen Twitch-Kanal, wo sie dann auch noch Einnahmen in einem fünfstelligen Bereich generieren können. FIFA ist eine Hassliebe. Wir spielen FIFA, wir spielen nichts anderes außer FIFA, weil Fußball einfach Liebe ist. Und uns natürlich, ich will jetzt nicht sagen, die Zukunftsängste, aber das, was Simon ja auch auch gesagt hat, so es läuft alles. Wir könnten die Pille schlucken und einfach machen, aber wir wollen einfach Spaß haben. Manchmal überlegt, wie geil der Chat war bei den Reactions. Wir haben zusammen gelacht. Wir haben uns die Intros angeguckt. Ja, wir hatten einfach, es ist einfach direkt, wir sind nach dem Stream raus und waren glücklich. Wir waren einfach glücklich. Und normal sitzen wir dann immer da so, hey, ne, was war jetzt schon wieder? Und warum und wieso und wieso ist es so und weshalb und was kann man da machen? Und da geht einfach die Frage hin, ob wir das halt einfach gemeinsam mit euch, vielleicht auch mit anderen YouTube-Kollegen, einfach da, was ja mittlerweile auch schon viele machen, die so zwischen YouTube und Twitch pendeln, sei es jetzt Elias oder viel FIFA oder egal, gibt es genug oder Steini, der ja auch eine Zeit lang andere Spiele gespielt hat. Ob wir da halt einfach auch den Schritt wagen sollen, so, was ist der Schritt wagen? Aber halt einfach sagen, wir machen dann einfach, wir lassen uns die Laune verderben. Wir machen eine Woche eine Pause oder wir merken nach den drei, vier Spielen, so, sorry, wir gehen raus, wir machen was anderes. Und da geht einfach die Frage an euch raus, so, Jungs, zieht ihr da mit? Sollen wir das machen? Und wie soll es aussehen? Wie soll es weitergehen? Ja, Jungs, wie gesagt, es soll jetzt nicht irgendwie Genördel sein oder ein bisschen Scheiß. Ich nehme das auch gar nicht als Genördel. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, Leute. Aber ich finde, das ist deren gutes Recht, mit der eigenen Community mal offen darüber zu reden. Wie es denen gerade im Seelenleben geht. Und ich finde, das ist der richtige Schritt. Und ich sehe, dass alles andere als Nörgeln, weil sie ja eben alles, worüber sie jetzt gerade sprechen, ja auch begründen oder visuell darstellen. Eben vorher ganz am Anfang das Gameplay. Es sind halt einfach wirklich mittlerweile viele Kollegen, YouTube-Kollege, die sich darüber echt Gedanken machen. Es gibt hier wirklich ganz, ganz selten noch welche, die die Fahne halten und sagen, die Spiel ist gut. Wisst ihr, wie ich meine? Und wir sind Content-Creator mit FIFA groß geworden, ganz früher sogar mit Shisha, dann FIFA. Und ist jetzt vielleicht der Schritt gekommen, dass wir sagen, wir bleiben natürlich bei FIFA. Aber wie gesagt, wir distanzieren die WL mit dem allem anderen, die Dual-Aufnahmen, Lightning Mons. Könnt ihr euch drüber streiten oder nicht? Alles macht Spaß. Plus eins, Basti. Ich gucke halt teilweise sogar lieber Streams von Among Us, Wars and Fall Guys und so weiter. Insbesondere, wenn ich abends einfach komplett gechillt bin und nebenbei einen Stream gucke. Da gucke ich Among Us von Flask, schaue ich extrem gerne nebenbei, also neben, wenn ich nicht im Stream spiele oder Pokémon-Pack-Openings von Trimax oder Pokémon-Gameplay schaue ich mir nebenbei an. Ich kann, wenn ich selbst die Weekend League Off-Stream spiele, kann ich mir keinen mehr nebenbei anschauen, weil es wirklich gefühlt 80% derjenigen ragen nur noch oder regen sich auf und blie und dann ist man dann selbst unkonzentriert und deswegen ist es echt so, Basti, man ist einfach konzentrierter, wenn man sich irgendwie so Fun-Games anschaut, wie Among Us oder eben diese Pokémon-Pack-Openings. Warzone bin ich kein Typ für die ganzen Ballerspiele, aber das ist jeden, jeder soll schauen, was er will. Aber es ist mein persönlicher Dings, verfolge die Jungs zwar nicht, aber denke, sie sprechen das aus, was alle anderen denken. Hoffentlich sieht einer von IE das Video. Ja, das werden sie auch ganz bestimmt. Das macht ja auch Spaß, wisst ihr, so. Und Spieler erschwitzen, ja, meinetwegen macht Spaß. Weil das ist auch ein wichtiger Faktor, selbst wenn man bei der SBB, weil es welche sagen, ah, da habt ihr auch das Gameplay. Aber das ist was anderes, weil das ist einfach lustig, mit einem Aufnehmen, sich hops nehmen, einen Okocha überein zu machen. Das ist was ganz anderes wie die WL. Das kannst du auch gar nicht vergleichen, ehrlich gesagt. Das ist wie Simon sagt, weil WL ist so, gerade ich besonders, ich bin so ein ehrgeiziger Mensch, weil ich was mache. Ich war auch der, der früher bei Mensch Ärger dich nicht alles abgeräumt hat, wenn er verloren hat. Ich war immer der, der bei UNO geschummelt hat, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich hab mir immer so diese Plus-Zwei- und die Plus-Vier-Karten versteckt. Ja, ja, so einer war ich. Und so ist es bei der WL. So, ich weiß, dass ich verarscht werde, aber ich verliere und ich bin abgefuckt. Ich bin abgefuckt. Ich hab so gecheatet damals. So wie bei GTA oder bei Age of Empires. Bei GTA habe ich mir immer Geld und so weiter gecheatet. Bei Age of Empires habe ich mir immer das Holz, das Fleisch und so was. Du hast so sich was gecheatet. Ich kenne sogar noch einen Cheat-Code. Der heißt Robin Hood bei Age of Empires. Das dauert dann immer wieder ein paar Minuten, bis ich dann wieder normal bin. Aber das ist einfach eine scheiß Stimmung. Das ist einfach eine scheiß Stimmung. Das Problem ist ja, wir sagen ja auch ganz oft, verlierst du dich, weil der besser ist. Du gehst die Hand und sagst, ey, hör zu, ne? Der war besser so, oder? Klar, es kommt mal vor, du raged einfach, weil du halt vielleicht auch scheiße bist. Du spielst scheiße, Freunde. Kennen wir alle, wir kennen alle FIFA. Nur seit so zwei, drei Wochen, sag ich, ist das jetzt so ganz extrem, seit dieser Patch kam, Freunde, ist diese Weekend League einfach für uns unerträglich, da gute Laune zu haben. Du quälst dich nur noch dadurch und denkst dir so, Digga... Ich merke es ja bei mir, Chad, ich spiele, ich spiele in den Masterfällen nur noch bis Gold 3 und dann ist das für mich erledigt, Leute. Einfach, ja, keine Ahnung, Hauptsache Gold 3 erreicht, zumindest das 50k-Back mitnehmen, deine zwei Player-Picks nimmst du da noch mit. Aber ich hatte bis auf einmal in der Weekend League jetzt nicht wirklich das Ziel, Elite zu erreichen oder Gold 1, so, ne, das ist aber, ja, den aktuellen Verlauf geschuldet, meiner Meinung nach. Es kann doch nicht sein, so, dass du so offensichtlich betrogen bist, ob du Tore schießt, gerade gestern, Freunde, ob der Gegner Tore schießt, es ist alles so, von vorn nach ab, so hervorgegeben, du tacklst, trotzdem geht er durch, dann tacklst du nochmal, er geht trotzdem durch, du stehst aber vorne vom Tor, das Ding geht nicht rein, jeder FIFA-Spieler kennt es, Freunde, da... Oh mein Gott, gestern hatte ich ja auch so eine Situation, ich habe meine Spiele geschickt mit einem Dreieckspass, ey, er hätte nur noch reinschieben müssen, ey, das war kein Schuss, das war ein Schüsschen, dann wurde ich ausgekontert, wirklich eine Situation danach, ich wurde ausgekontert, Dreieckspass, der Ball war drinnen, Leute, der Ball war einfach drinnen, ich meine, zum Glück habe ich das Spiel gewonnen am Ende des Tages, aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Da haben wir einfach so, lang hier in letzter Zeit guckt und gesagt, so, Digga, was machen wir, was machen wir, so, es macht ja, es macht ja auch euch keinen Spaß, wenn wir da draußen dann immer nur schlechte Laune haben und sowas, ja. So ein Schwachbattle macht zehnmal mehr Spaß, deswegen, ich fokussiere mich auch gar nicht mehr wirklich auf FIFA, ich habe jetzt Pokémon gestern gespielt, ich reakte zum Beispiel wie jetzt gerade auf dieses Video, ich, ich hänge einfach nur mit euch ab, einfach nur auf Just Chatting, ähm, weil das Menü selbst, ja, Packs, Packs, Packs ist alles schön und gut, aber manchmal braucht man einfach so eine Ruhe von dem ganzen FIFA-Kram und deswegen, ja, die Jungs, es ist auch, ich hätte mir auch schon ein Jahr vorher gedacht, dass die Jungs eher mal was anderes machen werden, äh, deswegen ist es sehr, sehr gut, dass sie auch das ansprechen mit eben, ja, FIFA-Content, wie das nur auf Tiese Schubert geben und dann, also Tiese Schubert YouTube und eben auf Twitch dann den Rest, um einmal ein bisschen abzuschalten, am Wochenende mal keine Weekend League zu bringen, deswegen einfach mal dann nur auf Twitch rum eiern mit Reactions, Mario Kart, Pokémon und bla, hin und her. Am Ende des Tages werden sie erstens ein besseres, äh, Mindset haben, beziehungsweise sie werden sich im Seelenleben besser fühlen und lernen dann auch noch viele neue Leute kennen, weil auf Twitch und YouTube, da sind halt schon zwei, finde ich, verschiedene Communities, ähm, natürlich, ähm, ist man auch auf Twitch, äh, bekannt, aber trotz allem werden sie dann dennoch neue Leute kennenlernen und, ähm, sie werden von neuen Leuten entdeckt am Ende des Tages, wird das nur eine Win-Win-Situation sein. Bis später, Bassikus. Kannst du die WL zu kriegen, ja, ne? Genau. Aber du kannst natürlich auch im Stream nicht 100 Draft Battles machen, Freunde, sondern... Das geht ja auch nicht, Leute, so, das ist dann alles so antönig. Wie jetzt an so einem Freitagstream, klar, ja, gestern, es kam halt auch content-technisch einfach gar nichts, ja, okay, mag ja sein, so, dann, was machst du, aber wie kannst du... Also, theoretisch, Leute, kam ja gestern Content, ne? Die Frage ist, ich weiß halt, welche Art von Content. Für uns gesagt, Digga, aber wir, wir können es einfach nicht ernst nehmen in dem Moment, wir können nicht da, wow, wir spielen dann so, ja, he, 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 ne? So. Es gibt E-Sportler, die holen 30... So. Also meine Cap trage ich nur, wenn ich erstens zu voll bin, meine Haare zu machen und zweitens, wenn ich wieder zum Friseur muss und am Montag ist es wieder so weit. ...null, die haben aufgehört mit FIFA, so, wisst ihr? Es geht uns jetzt wirklich nicht darum, wie unsere Bilanz ist, weil da geht mir in letzter Zeit einfach nur Müll drauf, weil wir einfach wissen, Dinge sind, wie sie sind, ne? So, man kann es in dem Spiel, gar nicht mehr so, du kannst es ja gar nicht mehr... Das ist schade, weil ich will es mit Ehrgeiz spielen. Genau. Ich will den besten Rang holen, den ich kann und wenn ich von einem Gude zerstört wäre, ist es so. Genau. Aber, und das ist halt das, was uns jetzt aktuell so ein bisschen bedrückt und wie gesagt, die Kernaussage von dem Video, wir sind in dem Video, also in so Sachen sind wir echt nicht gut zu machen, weil wir reden uns da einfach, das, was uns auf der Zunge liegt einfach raus und die Kernaussage dahinter ist halt wirklich, weil es schreiben ja auch viele so, macht doch mal wieder Mario Kart, macht mal das, aber sollen wir das vielleicht einfach hier ein bisschen auf den Kanal so ein bisschen einfach mehr einfügen. Wir hatten ja so im Sommer noch so ein bisschen auf TC2. Ich finde halt, aus Content Creators Sicht, gut, lassen wir mal Trimax, Unger und sowas, die ganz, ganz großen, lassen wir weg, ne? Aber ich glaube, das wäre dann auch nicht gut für den Algorithmus, ne? Kann ich mir gut vorstellen, deswegen wäre das eigentlich der beste Schritt, wenn sie diese ganzen Sachen auf Twitch machen, Leute. Wo wir dann teilweise dann auch ein bisschen Best-Off gebracht hatten, was ja auch sehr gut bei euch ankam, aber ob wir das halt wirklich hier auf dem Kanal einfach ein bisschen mehr mit einbinden, ne? Genau, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, so, keine Ahnung, nächste Woche, Weekend League läuft genau wieder so schlecht, keine Ahnung, dann gehen wir halt, auch wenn jetzt, sag ich mal, Steine, da wusste ich mal keine Zeit, gehen wir mal an Mario Kart, eine Runde rein, ja? Und haben da unseren Spaßfreunde oder, keine Ahnung, wir fahren Mario Kart gegeneinander oder wir suchen uns, es gibt ja auch andere Sachen, wo man Spaß drin haben kann, wisst ihr, Jungs? So kleine, lustige Spiele, so wie Fall Guys, so einfach simple Dinger, egal was, ne? Genau. Es gibt ja so viele kleine Spiele, um halt einfach Spaß da reinzubringen und halt auch für uns nach dem Stream, dass ich die Türklinge in die Hand nehme, abschließe und sage, das war geil. Weil das andere, Freunde, es frisst uns auf, wisst ihr? Es frisst uns auf. Das Problem ist, wir hocken hier zwei Stunden danach noch, diskutieren lang, wir fahren nach Hause, dann schreibt jeder nochmal Whatsapps, warum, wieso, weshalb, ne? Wir sind nach Ingolstadt gefahren, dreieinhalb Stunden das Auto abholen, wir haben dreieinhalb Stunden nur über FIFA gelabert. Wir sind zurückgefahren, haben dreieinhalb Stunden wieder über die WL gelabert. So, wisst ihr, das ist schon, für uns Content Creator, wir sind halt noch einen Tick näher dran, weil bei uns hängt da ja doch einiges mehr hinten dran, wisst ihr, was ich meine so? Ja. Und wir sehen euch generell auch nochmal hier und dann auch zum Schluss einfach unmenschlich dankbar. Wir müssen vor dem EE-Hauptsitz in Vancouver, Kanada protestieren. Kann es nicht sein, dass nicht vor ein paar Monaten irgendwas war? Vor einem EE-Hauptsitz? War nicht irgendwas in Rumänien oder so? Ich habe irgendwas im Hinterkopf-Chat. Treue und über die Jahre wirklich schon krasse Community zu haben. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif über hundert treue VIPs aufzählen, die egal bei was, was wir machen, dabei sind und supporten und das seit Tag 1 und das ist einfach Liebe und das ist gerade aktuell unsere Gefühlslage und wir haben das jetzt echt schon so zwei, drei Wochen eigentlich in uns reingefressen und haben gesagt, so, halt, halt, stopp! Man sieht, es ist offen. Jetzt rede ich! Ist im Haus. Jetzt ist der Punkt gekommen, dass wir mit euch drüber reden müssen und einfach mir, wir wollen einfach nur Feedback, Jungs. Genau, ob ihr sagt, ey Männer, ich stehe hinter euch, wir machen ein geiles Team, ob das FIFA ist oder ob das ein anderes Spiel ist, Männer, wir stehen hinter euch, ihr könnt auch andere Dinger zocken oder wenn man sofort dabei und schreibt, wie gesagt, eure Gefühlslage, wie seht ihr aktuell FIFA? Sagt ihr, okay, geil, das ist alles top oder sagt ihr, nee, nee, fühle ich bei euch komplett mit so, mir macht FIFA auch keinen Spaß. Also ich fühle es komplett mit, ich bin nur sehr, sehr froh, dass ich mich jetzt entschieden habe, eine 0 Euro RTG zu machen. Ich glaube, es wäre mein Fuß noch größer, aber wenn ich so mein Team jetzt so sehe, ich habe ein komplettes Rainbow Team, ich habe 10 verschiedene Special Karten in meinem Team, 10 von 11 und das ist halt das Einzige, was mich halt eigentlich glücklich macht, kein Geld dafür ausgegeben zu haben, aber ein sehr konkurrenzfähiges Team zu haben, was auch optisch sehr, sehr schön aussieht. Aber wenn ich mir denke, wenn ich da jetzt noch Geld reingebuttert hätte und die Jungs haben 10.000 Euro reingebuttert, dann wäre mein Frustlevel auf dem Endlevel, Leute, auf dem Endlevel. Und deswegen kann ich die Jungs einfach sowas so gut verstehen. Spaß mehr, weil dann V-Wort-System, Freunde, es gibt so viele Dinge einfach, wo aktuell schief laufen wird. Auch das SBC, der SBC-Kram, Alter. Ich muss jetzt nochmal Sabitzer erwähnen. Sabitzer hat so viel gekostet wie Flashback Cristiano Ronaldo und Dybala zusammen, plus 100.000. oder wie Flashback, diese Moments-Karte von Boateng und Dybala. Zwei Spieler, die offensichtlich auch besser sind, dass die einfach, dass der Sabitzer einfach teurer ist. Das ist nur eines von vielen. Das nächste ist, dass sie zum Beispiel jetzt, letztes Jahr Bobby Firmino kam als Halloween-Karte. Kranke Werte kannst du als Sechster und als Achter spielen. Jetzt kommt der Freeze Firmino raus, was eins zu eins dasselbe ist wie letztes Jahr die Halloween-Karte. Oder Aua-Freeze-Karte. Letztes Jahr kam Aua als Story-Karte. Es gibt so viele Karten, die in FIFA 21 einfach, genau wie letztes Jahr war, nur unter einem anderen Kartentyp versteckt. Und das ist halt so. Habt ihr keine Ideen? Wirklich? Es ist geil, einen Theo Hernandez Headliner zu haben. Aber Leute, war der nicht letztes Jahr auch als Headliner? Oder Ben Yedda? War der nicht letztes Jahr auch als Headliner? Oder irgendwie als eine andere Karte versteckt? Es gibt so viele Sachen, die einfach nur aufregen, Leute. Bevor ich, keine Ahnung, alles eins zu eins kopiere. Ich nehme mich einfach in einen großen Spieler. Gib dir ein krankes Upgrade und geil. Aber immer dasselbe, nur durch einen anderen Kartentyp versteckt. Das ist halt ermüdend, Leute. Ja, aber wo wir auch keine Macht haben, irgendwas zu ändern. Wir würden sofort, wenn wir es könnten, wir würden sofort ändern, weil wir lieben das Spiel. Aber es geht halt deswegen. Wir nehmen den Modus so. Das ist halt, was sie halt draus machen, ist halt wirklich alle Skipper jetzt, die vielleicht nochmal ans Ende skippen. Wir haben es im Video erklärt. FIFA hat für uns zwei Seiten. Danke nochmal für den Host, ne? Kuss. Einmal die WL. Und dann den kompletten anderen Content, wie SBCs, wie Draft Battle, wie die Dualaufnahmen, wie auch die Lightning war uns. Wie gesagt, da kann man sich drüber streiten, ja oder nein. Ist jetzt egal. Soll ja nicht der Grund sein, wie bei der Lightning war uns. Stimmt, Flashback Oxlade Chamberlain. 500.000. Leute, wenn Oxlade Chamberlain ein Finne wäre, dann würde die 50.000 Coins kosten. Nur wegen der Nation und wegen der Liga. 500.000. Nein. Nein. Einfach nein. Wo Spalte? Sabitzer ist ja Österreicher. Das ist jetzt auch nicht die Weltnation in FIFA teilen, ne? Und dass die knapp 600.000 kostet. Frech hat. Und jetzt ist einfach nur euer Feedback gefragt. Genau, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, lasst uns gerne hier einen Daumen nach oben da, Freunde. Supportet uns. Schreibt eure Meinung drunter. Dann würde ich sagen, sind wir für heute raus. Morgen gibt es natürlich einen Stream. Wahrscheinlich wird er abends sein, weil wir uns Pokémon Packs gekauft haben. Wahrscheinlich sogar morgen dann schon. Vielleicht, wir fragen mal Steini, ob wir Bock haben. Oder Broski. Mario Kart eine Runde. Bisschen Discord. Die Pokémon Packs so. Und genau. Am Montag wird wieder United kommen. Wie gesagt, das macht ja auch alles Spaß. Macht ja alles Laune. Und ja, wir sind mal gespannt, was ihr schreibt. Das sind wir für heute raus. Haut's da rein. Schöner Samstag noch. Guckt gut Fußball. Und auf jeden Fall auch schon mal vielen, vielen Dank an jeden, der da hier seinen Kommentar und Feedback dargelassen hat. Das ist uns echt wichtig. Die Community ist uns brutal wichtig. Und wir freuen uns, die Kommentare zu lesen. Und jetzt viel Spaß. Tschüss. 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 Sehr starkes Video. Also wie gesagt, da gibt es eigentlich nichts außer diese eine Szene da mit diesem Messeschuss ganz am Anfang. Gibt es eigentlich nichts, wo ich zu widersprechen habe oder wo ich irgendwie das Gegenteil behaupten kann. Also ein sehr, sehr starkes Video. Fetter, fetter Kuss geht raus. Entschuldigungröcher. Das kommt dann da 2. Also sind wir also aus Verkaufsausbilirisin.